Ein Kinguin! So ein will ich! Liebe, ich hab ne tolle Idee! Verdammts! Kenny ist die jüngste meiner drei peinlichen Schwestern. Hey Friends & Followers von Allesbesser mit Tessa. Die Jäger so schreit, das ist übrigens meine Schwester. Besser! Das ist Malia. Träumt von nem großen Abenteuer? Wenn man sie Brötchen holen schickt, nimmt sie ne Säge mit, falls unterwegs noch ein Baum gefällt werden muss. Meinst du, ich sollte ne Säge mitnehmen? Wir berichten heute aus dem städtischen Tiergarten. Ich hätte schwören können, dass einer der drei Pinguine da hinten getanzt hat. Paul, tanzt tatsächlich. Die Menschen lieben Pinguine. Und dieser kleine Scheißer ist verantwortlich für unseren Neuanfang. Oh, der stinkt aber ganz schön. Such diese Gegend nach dem Vogel ab! Darf ich vorstellen? Ein Pinguin heute Morgen in meinem Zimmer. Ja, und es ist ein Pinguin zugelaufen. Pinguin! Die Pinguin hat mit dem Zoo telefoniert. Diese Mist gehöre! Diese Magier wollen Paul ins Ausland verfrachten. Wir müssen sofort los und ihn in Sicherheit bringen! ooooh! Boahhh! Cuck! Oho! Hello! Ja!